heute bauen wir uns eine eigene city beziehungsweise so heißt das ganze spiel ich mach mal hier die ich frage mich warum man das nicht sehen kann ist auch egal wir kaufen uns jetzt erst mal pflanzen ich habe anscheinend dieses spiel hat sich schon mal gespielt aber jetzt wenn es spielen so ist es nicht das ist glaube ich so ein strom ding wo eine garage ich habe irgendwas hier freigeschalten starterhaus aha man kann dann auch noch eine pizza jetzt habe ich zu wenig money 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 man kann ich nicht nur ein wohnzimmer kaufe dekoration hier auch mal dekorationen so und noch mal durch die tür bereich abgeschlossen abgeschlossen also ich habe das data haus tatsächlich fertig perfekt und können jetzt uns zum dingsbums hier ist ja auch bei pizza ja die kauf mir mal kaufe wende dann noch mal wende und dann noch mal geld mehr man hört hier irgendwie so abzeuge aber hier sind ja gar kein sie haben auf jeden fall am detail geachtet man hört zwar leute aber man sieht nicht aber er ist eigentlich ganz mal ist ja also man macht jetzt den pizza dann kommen wahrscheinlich so noch mehr und sich hier auch abzeuge holen starter wagen und keine ahnung wie es heißt die zahl auto und schätzt ihn adler ein eiswagen dann schaden weg und rmw es bedeutet bmw rampe lkw ranger schnellboot gts kleiner vogel sechs millionen alles klar wir kaufen uns erstmal die wende wo eine kasse die gibt uns sogar geld ja gut dann verdienen wir jetzt mehr kohle gelände länder bei autos können sich die leute da wahrscheinlich hinsetzen ja das kaufen wir uns auch mal alles schon nice aus hier sind dann prachtplätze wahrscheinlich man kann sich echt eine eigene city das ist jetzt mein haus jetzt baue ich im pizza shop und dann brauche ich glaube ich irgendwas anderes ja ja pizza sein äh teppich gemälde kaufen weiß ich nicht hm boah ich bin doch ein bisschen wieder so wir können ein gemälde kaufen äh ja weiß ich jetzt nicht lol das ist das ah das sieht man so richtig wie die pizza da hingeht dadurch verdiene ich dann geld zähler kaufen ja den kaufen muss der was auch mal das sein soll tables ah da kann man hier drinnen sitzen pizzaofen ach dann verdiene ich dann wieder geld also ich will sagen ich spare mal kurz ein bisschen geld und dann sehen wir uns gleich wieder so dann kaufen wir uns mal den pizzaofen zack 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 und natürlich noch einen warum nicht einen sondern man kann auch direkt zwei holen dann kaufen wir uns hier irgendwie die was weiß ich so das sind diese roten Scheifen hier ja wir kaufen uns erstmal den table dann kaufen wir uns noch mehr table und dann kaufen uns dort nochmal Fenster und dann hier nochmal irgendwie table nochmal da holen wir uns mal den nächsten Dings den nächsten Flur sag ich mal so licht ne Leuchtung da kann ich nicht unbedingt fehlen so so ich bin jetzt wieder so arm Mensch 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 ok dann kaufen wir uns hier nochmal Karten Hecken kaufen ok naja auf jeden Fall kaufen wir uns das auch mal achso das sind Hecken ah jetzt weiß ich was sie dann mit meinen Hecken ok Pizza sein dazu sonst nochmal kurz was kann man hier eigentlich alles kaufen mhm oh ein Studioapartment ich mach aber Leute immer erst alles fertig und dann gehe ich zum nächsten also ein Studio ok hört sich gut aus so dann holen wir uns mal den hier jetzt haben wir hier unten alles fertig dann können wir nämlich hochgehen Perfekt Perfekt Flügel alles klar wir muss hier nämlich die Wände kaufen ich würde sagen wir kaufen uns erstmal die Wände oh es wird na das war mein Handy falls ihr es gerade hört zweimal zweimal Währung also Währung mal zwei zusätzliche äh keine Ahnung Ringgeschwetter also das hier ist alles so ein bisschen naja weiß nicht also das müssen die irgendwie kleiner machen oder sonst Ah Einstellungen da habe ich ja die Musik raus zusätzlich die Geschwindigkeit ne wenn ich das jetzt machen würde dann nehme ich das auch das hier auch dunkler Modus ahhh ok gut dass es einen dunklen Modus es gibt bei denen mach ich direkt an boah das sieht ja viel geiler aus also auch vom Design her sieht das geiler aus ok dann müssen wir hier auch mal Wände kaufen äh Fenster ja ein Pizzamarker Maker ein Pizzamaker da das ist heppig die bei Wall schwimmen dann können wir uns auch gleich also ja sieht geil aus ne also hier gibt es halt was ich mich frage ist jetzt es sind so viele online aber wo sind die alle ich glaube das nee das ist nicht das ist allerdings da auch glaube ich na ja egal wir sehen uns gleich wieder sobald ich diesen 7000 euro so leute ich habe jetzt sie haben ein bisschen mehr hier in seht ihr noch ein so ok dafür das habe ich ja schon zwei sachen beleuchtet die ist ganz wichtig sie irgendwo muss ich noch was machen aber wo ist doch gar nichts mehr ach hier weiß würde ich hab's abgeschlossen ich würde sagen wir fangen aber auch noch bei den nächsten an perfekt geschlossen dann kann ich jetzt hier in studie apart ich muss da hoch hier rein weil wohnungen ich muss noch eine höhere auf kaufe wände ich will sagen ich tue natürlich kurz eben wieder pause machen damit ich das schneller kauf kann wir sehen uns gleich wieder so dann bauen wir uns hier mal alles auf ich habe jetzt ein bisschen wie ich es unschwer erkennen könnt die kaufen uns halt auch die wird sich hier die kostet mittlerweile schon 5.000 beleuchtung küche kaufen ein es bereich abgeschlossen das geht ja so schnell kann ich mir ein neues aus kauft auch für wende das habe ich noch mehr wenn ich will mir erst die wende wenn wir kaufen wenn wir kaufen gerne wende ok leute ich will sagen das machen wir in der nächsten folge wenn es euch auf einer das gerne neigen abrufen außerdem auf mein disco drüber vorbei der ist unten in der video beschreibung vor allem ja bis heute noch ein traumhafter background als er erstmals tschau tschau